Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Heute geht es nochmal um Geoferim. Wer noch gar nicht im Thema ist, den empfehle ich meine Playlist zu dem Thema. Da ist alles zusammengefasst rund um Geoferim, alle Ereignisse und alle auch Dynamiken, die sich entwickelt haben. Denn zu Beginn war ich, wie die meisten, denke ich auch von euch, ganz klar auf der Seite von Geoferim. Das ist dann umgeschlagen. Ihr habt es mitbekommen. Es gab ein sehr virales Video auf Instagram, wo er sich bestürzt gezeigt hat, dass er aufgrund seines Davidsterns antisemitisch behandelt wurde in einem Hotel in Leipzig im Westin, um genau zu sein, von einem Mitarbeiter dort schlecht behandelt wurde. Er hat das dann online gestellt. Das Ganze ging viral. Viele hatten Mitleid, viele haben sich für ihn eingesetzt. Das Hotel hat einen enormen Image-Schaden davon getragen und auch der Mitarbeiter bzw. die ganze Belegschaft wurde unter Generalverdacht gestellt. Das Ganze hat dann eine Dynamik angenommen, die ich nicht erwartet hatte. Denn es kam dann wirklich auch zu vielen Fragen, die aufgrund der Überwachungskamera sich alle gestellt haben. Denn dort war zu sehen, dass er die Kette nicht zu diesem Zeitpunkt offen getragen hat. Und somit steht er für viele als Lügner da. Ich sage hier persönlich meine Meinung. Für mich, auch wenn ich die Wahrheit jetzt nicht kenne, sieht das halt wirklich auch so aus. Und ich glaube Ihnen nach der ganzen Geschichte auch kein Wort mehr. Das ist mein Recht auf freie Meinungsäußerung, bevor ich hier Post vom Anwalt bekomme. Das steht da im Grundgesetz drin. Artikel 5 kann er gerne nachlesen. Ansonsten geht es hier bei Watson auch heiß her, denn es gibt neue Ermittlungsdetails im Fall Geoferien. Und da möchte ich mal das Ganze für euch hier vortragen, um meine Meinung zu sagen. David Stern, ich klar, neue Ermittlungsdetails im Fall Geoferien bekannt. Der Artikel ist noch sehr aktuell, vom 10.12. Ich reiche den so schnell wie möglich nach. Meistens sind die Videos rund um Geoferien am Anfang nicht werbefreundlich. Da muss ich immer ewig warten. Es kann sein, dass sich das dadurch ein paar Tage verzögert mit dem Upload. Ansonsten gehe ich hier weiter. Vor zwei Monaten trat Geoferien mit Antisemitismusanschuldigungen an die Öffentlichkeit. Ein Hotelmitarbeiter des The West in Leipzig habe zu ihm gesagt, dass er erst einchecken könne, wenn er seinen David Stern wegpacke. Der jüdische Sänger hatte seine Erfahrung daraufhin in einem Video auf Instagram geteilt und damit Empörung und eine Debatte über Antisemitismus in Deutschland ausgelöst. Das ist jetzt hier noch mal eine Auffrischung von dem Ganzen, falls die Leute jetzt schon wieder vergessen haben, was dort auch so passiert ist. Bislang steht es bei dem Fall Aussage gegen Aussage, in dem Hotel wie niemand die antisemitischen Äußerungen des Angestellten gehört haben. Und darüber habe ich ja auch berichtet, dass es dort auch Aussagen gibt drüber, die das Gegenteil behaupten, was Geoferien bislang. Also dort sagen Zeugen, sie haben das nicht mitbekommen, dass er dort schlecht behandelt wurde. Aber man muss natürlich auch abwarten, wie das Ganze weitergeht. Auch die Überwachungsvideos des Hotels, auf denen Oferimskette nicht sichtbar ist, lassen viele Leute an den Schilderungen des Sängers zweifeln. Ich bin einer davon, ich denke auch einige von euch sehen das mittlerweile sehr, sehr kritisch. Um die Aussagen des Musikers und der Hotelmitarbeiter zu überprüfen, haben Ermittler laut einem Bericht der Bild-Zeitung die strittige Szene nun nachgestellt. Und das ist durchaus interessant, wie ich finde, dass sich da jetzt so eine Mühe auch gemacht wurde. Auch das Hotel selber hat ja selbst auch Ermittlungen gestartet, was ja auch sehr, sehr interessant ist, aber auch vollkommen verständlich. Denn das Hotel hat natürlich einen enormen Image-Schaden davon getragen. Nicht nur die ganze Belegschaft, wie schon eingangs gesagt, wurde unter Generalverdacht gestellt. Nein, auch der Mitarbeiter hatte natürlich schwere Konsequenzen zu fürchten. Und das ist natürlich dann auch sehr, sehr schwierig, wenn man mit dem Brot von anderen Leuten spielt. Gerade wenn man ein Superstar ist, wie Geoferim es sein möchte, muss man natürlich auch dann nicht Leuten, die jetzt irgendwo angestellt sind, das Leben noch unnötig schwer machen. Aber nun gut, sollte wie gesagt an den ganzen Vorwürfen was dran sein. Eingangs, ja, bei den ersten Videos war ich ganz klar auf der Seite von Geoferim. Wie gesagt, mittlerweile sehe ich das sehr, sehr kritisch. Verzeiht mir daher meinen Sarkasmus hier. Hier geht es aber auch weiter. Bewegungen des Sängers, detailgetreu nachgestellt. Auf den Videoaufnahmen der Überwachungskamera ist die Davidsteinkette des Sängers nicht sichtbar. Das wirft Zweifel an der Aussage O'Friems auf. Da der Sänger selbst nicht ausschließen kann, dass die Kette auf Aufnahmen unter seinem T-Shirt oder der Jacke gewesen ist, haben Staatsanwaltschaft und Polizei nun versucht, den Fall möglichst detailliert zu rekonstruieren. Ein Aufwand wird betrieben, unfassbar. Und hier geht es weiter. Hierbei geht es vor allem um die genaue Nachahmung von O'Friems Bewegungen beim Betreten des Hotels, beim Einchecken und letztendlich beim Verlassen des Gebäudes. Das neue Videomaterial wird in dem Bericht zufolge derzeit mit den Aufnahmen des 4. Oktober verglichen und von dem Ermittlungsteam sowie den forensischen Experten und Expertinnen der Hochschule Mittwalda ausgewertet. Mittwalda, ich hoffe, ob es richtig ausgesprochen ist, den Ort. Durchaus interessant. Und ja, also ihr könnt gerne mal unten reinschreiben, wie ihr das jetzt so vernommen habt. Also wie seht ihr diese neuen Nachrichten oder diese brisanten News, dass da jetzt so ein Aufwand auch drum gemacht wird? Durchaus natürlich auch klar. Man muss natürlich jetzt gucken, dass jetzt auch das Hotel oder halt auch Geovrim, je nachdem, wer jetzt da schuldig ist, natürlich auch für einen steht. Sicherlich, das Hotel kann jetzt nicht unbedingt dafür was, was die Mitarbeiter dort sagen, aber man muss auch sagen, der ganzen Hotelkette, als auch dem Hotel, der Belegschaft und auch dem Mitarbeiter ist ein Imageschaden entstanden. Sollte das wirklich jetzt nicht gestimmt haben, was Geovrim uns auf Instagram mitgeteilt hat, dann habe ich da ganz, ganz große Bauchschmerzen bei. Da wird mir ein wenig übel und das muss ich hier aufs Schärfste kritisieren. Denn ja, auch die Hotelbranche, Tourismusbranche hat natürlich enorm gelitten unter Corona und Co. Auch die Mitarbeiter haben natürlich dort auch erschwerte Arbeitsbedingungen nach wie vor. Und dadurch ist das dann auch nicht so einfach gewesen, gerade die letzten Monate. Und dann kann man dann so einen zusätzlichen, ja, wie ich finde, unnötigen Stress nicht gebrauchen, zumindest, wenn man unschuldig ist. Sollte ja schuldig sein, der Mitarbeiter, wie gesagt, hat Geovrim auch das Recht, das anzubrangern. Ob man das dann auf Instagram machen muss, ist dann halt die Frage. Man hätte das natürlich dann auch mit der Polizei oder halt auch mit einem Anwalt privat klären können. Aber das bringt natürlich weniger Follower am Ende. Und wie gesagt, jeder kennt ihn. Er ist ein riesiger Sänger. Ja, also ihr merkt den Sarkasmus, denke ich. Also wie gesagt, ich kenne ihn von damals noch. Er hatte ja durchaus in Asien die eine oder andere goldene Schallplatte wohl schon errungen im Teenager-Alter. Sonst war er der Vater dafür bekannt, erfolgreich Musik zu machen. Er hat, wie gesagt, jetzt auch ein Album, was mal in den Top Ten war zuletzt. Aber wie gesagt, dafür braucht man jetzt heutzutage jetzt auch keine 100.000 Einheiten mehr verkaufen pro Woche, um da in die Top Ten zu kommen. Von daher ist er jetzt nicht der Superstar, den jeder kennen muss. Er ist kein Michael Jackson. Er ist kein Mick Jagger und Co., den jeder auf der Welt kennt. Und er wäre es vielleicht gerne. Und irgendwie fand ich das dann sehr, sehr arrogant, auch die Auftritte in den Interviews zum Teil, dass ja nun jeder weiß, dass er die Kette immer trägt. Anscheinend ja nun nicht. Ich habe einige Bilder gesehen und Aufnahmen und auch Auftritte, wo er die Kette nun nicht immer getragen hat. Nun gut, das wirft natürlich wiederum einige Fragen auf. Möchte hier allerdings auch nicht zu parteiisch sein. Wie gesagt, sollte er im Recht sein, bin ich natürlich immer noch, immer auch für die Person, die am Ende die Wahrheit gesprochen hat, egal auf welcher Seite. Um es hier nochmal sehr neutral auszusprechen. Ansonsten soll es das hier gewesen sein. Wenn ihr noch weitere Updates zu dem Thema haben wollt, schickt mir gerne auch Sachen bei Instagram und Twitter zu. Ansonsten auch gerne zu anderen Themen, die vielleicht in so eine Richtung gehen könnten. Finde ich sehr spannend. Macht mir Spaß, neben dem ganzen Trash, den es hier gibt, oder auch YouTube-Themen, auch mal solche ernsteren Themen hier immer wieder auch zu behandeln. Das soll es dann dabei gewesen sein. Lasst gerne ein Like und Abo da. Wir sehen uns dann schon bald wieder. Bis dann und ciao.